Ich hoffe, ihr werdet das alle kaufen und genau so mit einem Lied anfangen. Es wird bestimmt auch eine schöne Release-Party geben. Schaut einfach immer mal auf unserer MySpace-Seite vorbei. Da stehen unsere Termine. In ein paar Wochen gibt es wunderschöne neue T-Shirts, Poster, Sticker. Tim wird dann eine Schönheitsoperation haben und wird eine Frau sein, endlich. Damit wir endlich auch mal das männliche Publikum ansprechen. Eine Frau mit einer sehr großen Nase. Ist doch sexy! Aber bis dahin gibt es natürlich unseren alten Kram draus. Unseren alten Scheißkram. Könnt ihr gerne kaufen, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. Das ging schnell. Das ging schnell. Tja das ging schnell. Und die Strecke ist ja, die Wurzelnklafen sein und du, wir wollen nur noch mal wieder gut. Wo, 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 wo. You won't bring me down. I don't have a sense of anronomy, the only fear of exclusion. They say an angry kid can never live in uni. I'm standing with my Sally back against the wall of hell, I'm feeling this objective and I go and so on. Geoff I. Well how did all this can go away. Oh, 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 oh You won't bring me down You won't bring me down You won't bring me down The world's about to change it We won't allow the nation The world's about to march it You won't bring me down Hello Hello Hey, see, I'll sing No, it's March for you March for you And I'll No, it's March for you 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank! Und wieder schon vom Schlagzeug, meine Damen und Herren! Der einzige Fälle für die Zahn! Sein selbst, Herr Witt! Nein, 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 das geht! Vielen Dank! Das war's gut! Und wir bringen uns in Pläne in der Ausstellung! Das war's gut!